Der Begriff Cancel Culture meint den kollektiven Ausschluss einer Person oder Organisation aufgrund einer diskriminierenden Aussage oder Handlung. Es handelt sich dabei selten um einen Boykott aufgrund eines einmaligen Fehlverhaltens, sondern um eine Reaktion auf die wiederholte Diskriminierung einer Gruppe von Menschen, beispielsweise aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion. Ob tatsächlich diskriminiert wurde, wird mitunter kontrovers diskutiert. Am häufigsten wird der Begriff Cancel Culture von den kritisierten Personen oder Organisationen selbst genutzt, um dem Kollektiv, das sie ausschließt, eine Zensur der Meinungsfreiheit vorzuwerfen und so den Diskriminierungsvorwurf zu relativieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017